Hallo ihr Nasen und herzlich willkommen zurück zu Naruto, wo wir jetzt mit dem letzten Kampfbeginn starten. Ich habe keine Ahnung wie viele Folgen wir noch haben werden, lasst uns einfach mal überraschen. Also, let's go. Ich habe einen Buschier-Brau-Sensei geholfen. Sie geholfen? Was bist du? Ich selbst nicht verstehe. Ich fühle mich, dass ich alles verändern kann. Es scheint, dass etwas mit dir passiert ist. Aber im Endeffekt nichts wird verändern. Du kannst mich nicht verraten. Ich habe das Macht der 6. Ich werde dich nicht verraten, dummer. Wir werden dich verraten. Du, Madara. Sasuke, du, auch. Was ist mit ihnen? Wie können sie so weit gehen? Was? Das ist... Ich bin... tot? Du bist tot. Huh? Das ist der Welt von deinem Geist. Das ist der Welt von deinem Geist. Juste sich in der Raum zwischen der Realität und dem Nachmittag. Wer bist du, Mann? Ich bin ein Monk, der kommt, um zu sehen und sehen, wie Ninshu endet. Das ist der Welt von der Welt. Das ist der Welt von der Welt. Ich bin Hagoromo Atsutsuki. Ich bin der Ninshu, der auch der Sage von den 6. Was? Der Typ, der erschönt hat einen Ninshu-Tschuss? Uh, wenn du der Sage bist, dann habe ich viele Fragen für dich. Die Fragen können später kommen. Erstens, du musst hören, was ich sagen muss. Nein. Du musst. Als die Reinkarnation von Asura, ist auch dein Ziel. Huh? Asura? Was? Was bist du denn? Was bist du denn? Du musst mich erklären, alles aus dem Beginn. Über meine Eltern. Und meine Mutter. Meine Mutter, Kaguya Atsutsuki, kam zu deinem Land aus einem sehr entfernen Ort. Was? Sie kam zu hauveren, die Frutte des Divine Tree. In dieser Krieg, du sahst das Divine Tree auch, nicht wahr? Sie hat die Frutte des Chakra. Sie hat die Frutte des Chakras. Sie hat die Frutte, hat ihre Kraft bekommen, und dann kam zu regeln diese Land. Aber eine Kraft, die zu stark ist, schafft die Konflikten. In der Ende, die Leute beide sie als die Rabbe-Gottes, und sie als ein Däver. Sie hat die Frutte des Chakras. Dann Kaguya, hat die Frutte des Chakras gegeben. Eine von ihnen, war ich. In order to atone for the sins die unsere Mutter hinterlassen, wir kämpften mit den Tentales, die Inkarnation des Divine Tree. Die Divine Tree, hat die Frutte des Chakras, und versucht zu wiederholen die Frutte, die von ihnen genommen wurden. Es war eine schweizende Kampf. Wir waren beide verletzten, aber wir verletzten, wir haben die Frutte, und die Tentales in mir verletzten. Dann kam ein Zeitpunkt, und ich hatte zwei Kinder. Ich nennen die älteren Indra, die älteren Asura, und ihnen über Ninshu. Sie waren beide meine Kinder, aber es gab eine große Unterschiede zwischen ihnen. Eine hat die Genen, die starkt haben meine Chakra, während die anderen waren eher schweig. Indra war wirklich ein Genie. Er war wirklich ein Genie. Er konnte alles von seinem eigenen, und er hat die Angst, wie er anders war von anderen Leuten war. und er hat die Älteren. Er hat die Älteren. Das hat eine Harmonie gemacht. Durch die Sicht wie Asura lebte, habe ich eine Glimpse von eine neue Möglichkeit bekommen. Das ist dann, dass ich Ninshu in Asura entschieden habe. Aber Indra würde es nicht akzeptieren. Und damit begann eine lange, lange Krieg. Der Krieg war nicht zwischen Indra und Asura. Auch nach dem ihren Körper zu sterben, ihre Chakra nie verabschiede. Und über die Zeit, wurden sie wieder und wieder wieder reinkarniert. Naruto. Vorher habe ich dir gesagt, dass du die Reinkarnation von Asura warst. Jetzt verstehst du? Und die aktuellen Reinkarnation von Indra ist... Sasuke. Genau. Indra ist in Sasuke. Meine Chakra des Haschirama und Madara zu ihr. Auch jetzt, nach Jahrzehnten und Jahrzehnten, die Brüder der Krieg weitergeht. Also, diese ganze Zeit, Großbritannin, hast du mit deinen Kindern geglaubt mit uns? Ja. Ich glaube, dass du das kannst. Hm. Ja. Durch Ninshu, habe ich versucht, zu erklären, dass Chakra ist hier, um zu verbinden. Aber Kaguya benutzt Chakra nur für sie selbst, und die Welt mit ihren Macht. Aber die Einheit durch die Macht ist nichts, sondern eine Rampage. Deshalb, sie wurde ein Mensch, für die Angst. Das gleiche könnte sein, für Madara jetzt. Wenn er weiterentwickelt, dann, ... 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 Ich habe einen Teil des Shukakus und meine Chakra von Madara gewonnen. Er wusste, dass es ein paar Taill-Beast-König waren, die du verletzt hast. Verletzt du? Du hast du von Chakra bekommen, außerhalb von Shukaku und Kyuki. Oh, du hast du von damals? Du hast recht. Die anderen Taill-Beasts haben ihre Chakra mit mir vorhin. Es dauert lange, aber jetzt alle Taill-Beasts sind zusammen. Das bedeutet, dass der Zeit gewonnen hat. Naruto, es scheint wirklich, dass du ein bestimmtes Charm hast, der einen anderen helfen kann. Bewege erneet. Wir werden auf dem Weg noch durch. Um, das sind verbunden. Jetzt gehen wir mit. Die Ausbildung, die Du hast Ihre Geist Muslim gegeben. Wie sind es? Die Ausbildung, die Sie in der Shepherd-Beast. Das ist einigen Geist. Das ist einigen Geist, eine Techniker. Kuruma! Naruto! Was willst du machen? Wie wirst du diese Krieg enden? Ich bin ein Idiot! Also, ich verstehe nicht all diese Asura Reinkarnation. Aber... Ich weiß, was es bedeutet, haben Freunde. Und ich will das zu schützen. Das ist alles. Also, das ist deine Antwort. Ja. Entrusting alles zu Asura ist das, was diese Klammung hat. Jetzt möchte ich meine Macht an dir. Als die Reinkarnation von Indra. Whatever passiert außerhalb dieser Punkt. Naruto. Sasuke. Das ist auf dich. Sasuke ist nicht mein realer Bruder. Aber ich weiß, dass wir ein Verständnis kommen können. After all... Wir sind wirklich gute Freunde. Das ist eine große Herausforderung. Jetzt, auf die Reinkarnation. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. bis heute. Das ist das, was du über der Zeit bessergunst. Das ist eine große Herausforderung. 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 Das ist das. Ich habe nie gedacht, dass der Divin-Tree selbst mich mit mit Kraft! Naruto Uzumaki, Sasuke Chiha! Ich habe jetzt eine perfekte Immortanzierung für all die Eternität! Nicht wie stark du bist, du wirst niemals aufhörst mich! Hä! Wir haben noch nicht noch gewohnt, und du bist bereits auf die Schlussfolgerung? Na dann, versuchen wir es mal, ne? Der hat ja jetzt einen Gottesbaum in sich. Das könnte ein bisschen weh tun, glaube ich. Alter, Naruto macht auch gut Schaden. Alter! Naruto macht ja wirklich krassen Schaden jetzt! Alter! Okay! Das ist auch stark! Ziemlich strong, Alter, jetzt gerade! Alter! 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 Fokus auf den Schaden. Selbst du solltest... Entfernen! anti-Ben danke! Wie ihr Prime Akzept Pier pets largest und finanziell? Einmal denangracklar. Schauen Sie immer vielleicht niemanden. Schauen Sie, das sind kein Schaden. Woh? identally, ein Paar und man. Blocks gut aber generell! Laufen ziegel, ist er nicht gewinnigt. Hast du đấy. Okay, er macht schon wieder die Scheiße. Was? Oh, fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Oh mein Gott, ich bin tot. Alter, komm schon. Fuck. 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 Awaken. You aren't supposed to go to sleep yet. Choose your own path. And walk again. Kann ich sein, Alter. Ich komm rein und krieg den Stringbob. Nope. EEEEY Der lässt mich nicht die Attacke machen. Jetzt aber. Fuck, ey. Uah! He moved? He switched places with the shadow. This is bad. Kakashi sensei's, over there! Finally. Are you sure about this? Yeah. Hurry up and take my left eye and... I don't think so. Sakura. Where? Kakashi sensei! Sensei, the left eye! Where's Obito? I thought Madara jumped over too. Yeah, he did. But then Obito let me escape. Kakashi sensei! Can I see that left eye for a minute? Huh? Okay. Kakashi sensei. Open your eyes. No way, how did you do that? Hmm... Well... It's kinda hard to explain. So that's how you saved Guy. Yeah. Enough talking. He'll be here soon. He must have both Rinnegan eyes now. He won't be like he was before. Prepare yourselves. Yeah! You haven't forgotten what I taught you during your first Bell training, have you? Of course not! Teamwork! Then... Dying together is also a special type of teamwork, is it not? Obito... Obito... Obito isn't here anymore. This body is mine now. I gathered up the Tail Beast Chakra, and acquired the power of the Divine Tree. And now, I have acquired both Rinnegan eyes. You could even say, that I have surpassed the Sage of the Six Paths himself. I have reached the Realm of the Gods. Ha 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 ha! Through a God's eyes, you look like nothing but a bunch of tiny, brittle creatures. Planetary devastation! K. I have no idea. I have no idea. Sasuke! Moonlight restorations! Uh... Naruto, did you figure it out? Yeah... He has 4 Shadows now! Planetary devastation and the Shadow Susanoo. So, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann.